. Hallo! Zum Jahresabschluss haben wir noch was Süßes und zwar den Bitburger Winter Cake. Und dafür trennen wir als allererstes die Eier. Einmal das Eiweiß, das brauchen wir nachher für unser Baiser. Fünf bis sechs Stück sollten da reichen. So. Noch eins. Perfekt. Jetzt geben wir dazu ein bisschen braunen Rohrzucker. Und das Eiweiß, das stellen wir beiseite, das brauchen wir nachher für den Baiser. Dann nehmen wir ein bisschen Backpulver. Dann haben wir hier ein bisschen Mehl und Zimt. Und dann brauchen wir natürlich unser Kellerbier. und dann brauchen wir natürlich schon unsere Schokolade, die wir geschmolzen haben, in der Butter bereits auf dem Grill. und dann machen wir das Mal. Und jetzt geben wir das Ganze mit dem Handrührgerät. Und dann nehmen wir das Ganze mit dem Handrührgerät. Und dann machen wir das noch mal ein bisschen und dann nehmen wir das noch mal ein bisschen So, was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Spekulatius und den müsst ihr einfach nur ganz grob hacken. Machen wir noch ein bisschen. Das Ganze jetzt nur noch verrühren und den Teig, den geben wir jetzt in unsere gebutterte und melierte Form, beziehungsweise in dem Fall die TBS-Pfanne. So. Unseren Kuchen, den grillen wir jetzt ca. 20 bis 25 Minuten und 5 Minuten vor Grillzeitende machen wir unser Baiser. So, jetzt heißt es warten und in der Zwischenzeit räumen wir einmal kurz auf. So, unser Winter Cake ist fast fertig und jetzt machen wir nur noch unseren Baiser. Okay, wir haben das getrennte Eiweiß, jetzt geben wir dazu noch ein bisschen Zitronenabrieb. So, den Abrieb, jetzt brauchen wir noch den Saft. Und natürlich noch ein bisschen Puderzucker. Und das schlagen wir jetzt mit der Küchenmaschine richtig schön cremig. So. So. So, jetzt schauen wir mal nach unserem Kuchen. Wie das duftet! Während wir jetzt unser Baiser auf unseren Winter Cake draufstreichen, heizt ihr euren Grill auf 220 bis 250 Grad indirekte Hitze vor. So. 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 Wenn ihr jetzt den Winter Cake auf den Grill gebt, achtet darauf, dass es ganz, ganz schnell karamellisiert. Also maximal 1-2 Minuten und lieber einmal zu viel schauen, weil das Karamellisieren des Zuckers im Eiweiß geht wirklich sehr, sehr schnell. So, und gleich schauen wir nach. Es duftet schon wirklich weihnachtlich und jetzt schauen wir mal nach unserem Kuchen. Na, der wäre fertig. Und jetzt gehen wir rasch ins Warme, trinken ein gutes Bier und ich wünsche euch frohe Weihnachten.